Ja, Chantal, ihr habt ja wirklich die Stärke der Kolumbianerin nicht halten können. Ist das richtig? Ich höre nichts. Chantal? Ja. Okay. Also du widersprichst mir. Ja, aber habt ihr denn nicht irgendwelche Probleme gehabt oder so? Könnte ja sein, nicht? Also dass ihr einfach die Stärke, dass ihr dann nicht so auf die Bahn kommt wie die Kolumbianerin, dass ihr das nicht mithalten könnt. Oh, siehst du anders. Okay. Na gut, ich sehe das auch anders. Aber wie gesagt, also ist ja deine Meinung, Chantal. Meine bleibt sie auch.